... ist nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Ihr wisst also, was ich mir gerade vorstelle. Hat Desmond das jetzt mit Erziehung miterlebt? Das wäre ja... Naja, ihr wisst schon. Haben die anderen das gesehen? Und schon? Gibt's doch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah ja, Kate. Katie, 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 Kitty, Cat, Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, du, du, äh, was? Äh, was? Wir waren Essen. Du warst Essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Okay, Sean ist wohl doch ein, er... Ich habe zu tun. Ja, ich würde gerade sagen, aus diesem kleinen Gespräch würde ich jetzt ziehen, dass es nicht so schön ist. Gespielt wie Flasche Lea, Alter, ihr. Gespielt wie Flasche Lea, Alter, ihr. Ich mag nicht. Ja, Desmond. In andere komme ich ja nicht rein. Ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Ja! Ja! Hefasthus-Netz jetzt. Ah, guck mal da, neuer Wochenplan. 24... 24.9... Warte mal. Warte mal. 24.9.2012? Das Spiel in der Zukunft. Haben die sich Gedanken gemacht? Aber das ist natürlich auch ganz schön... Das ist auch ganz schön schräg. Also das ist gerade ganz schön schräg. Naja, egal. Weil irgendwann, wenn ich das in 10 Jahren mit meinem Sohn mal ein Spiel oder mit meiner Tochter spiele, dann decken die bestimmt schon nicht mehr. Ich bin ja... Ich bin ja vor dem alten Eisen. Ach, das wird schrecklich. Also, Montag. Na, Schub. Sean löst... Ach, die lösen sich ja immer ab. Sean, Lucy, kommt Rebecca. Tagwache. Sean muss vor Ort bleiben. Aha. Team-Meeting am Samstag. Guck mal da, da steht nichts vor dem Essen. Frei. Da steht was... Sonntag frei. Muss mal sein. Ich finde diese Sachen total sinnlos. Außerdem kann ich nicht zurück... Ähm, kann ich nicht antworten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Obwohl im Ausgang... Obwohl ich einen Mail-Ausgang habe, aber... Seht ihr, dass ich irgendwo antworten kann? Nö. Das ist doch echt zum... Ja. Dafür habt ihr mich wieder mal aus dem Animus geholt. Aber ich glaube, das machen die extra, damit man nicht die Realität, also den Bezug des Spiels, diesen Realitätsbezug verpennt. Okay. Also wieder rein. Muss das fertig kriegen. Ich will doch ins Animus-Ding rein. Oh, da muss ich mal rein sein. Ich will hier rein. Start klar. Also ich kann meinetwegen der Stuppentrum bleiben. Ich brauche nichts essen. Das war im ersten Teil noch besser, wo sie ihn auch immer zum Essen und zum Schlafen gezwungen haben. Das hätten sie hier auch mal nochmal machen sollen. Weil die Unterbrechungen hätten nicht wirklich gestört. Und man hätte den Realitätsbezug einfach so fett. Ja. Ein großes Turnier stattfinden wird. Malen, komm, der Mensch. Das sind die satte Preise für Sieger. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Ja, das war ja einfacher, als ich dachte. So, bevor ich jetzt den nächsten ermorde, mache ich mich erstmal wieder unsichtbar. So, ich muss mir nichts gestecken. Also laut Angaben ist der dort irgendwo. Das war jetzt eine Frage. Ich muss mal kurz den Steckbrief entfernen, weil... Hi. Fällt dir jetzt nicht auf. So, hi. Gut, dann rekrutieren wir mal den anderen an. Das ist scheinbar. Das ist scheinbar. Das ist scheinbar. Das ist richtig geil. Das ist scheinbar. Die Befreiung Roms hat begonnen. Euer Kampf ist mein Kampf. Bitte, lasst mich euch folgen. Aha. Ja. Das ist auch... Das war mal eine Mission. Wo ist das... Irgendwo vorne ist ein... Blatt und ich sehe es. Ja, okay. Das ist wieder so weit oben. Das ist bestimmt wieder da. Ja, natürlich. Ich muss mir mal merken, das war beim letzten Teil auch schon mein Problem. Ich muss mir unbedingt merken, wo günstige Blätter sind. Also, wo die Blätter einfach zu finden sind. So, also laufen wir jetzt mal wieder zurück, weil... Hm, weil Fett ist. Ach ja. Weil das eben... Ach, die Ärmste. Rücken Schmerzen. Mal gucken, ob sich das hier aufhören kann. Ja, auf einmal geht das ja wieder. Das war so klar, dass es auf einmal wieder geht. Hey, das ist ein Assasin-Zeichen. Seht ihr das? Äh, jetzt bin ich verwirrt. Schau dir erstmal da. Ich schau dir mal die Google. Ich bin da echt verwirrt. Das ist ein Assasin-Zeichen. Ich hab' schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ach, was ist denn... Das hier überhaupt für Gebäude? Ach! Da ist so'n scheiß Ding. Ja, ich hab's kapiert. Warte mal, warte mal. Okay, ähm... Ach, guck mal an. Das war wieder so klar, ne? Nur mal nur zwei Zentimeter neben dem... Streckt so. Oh, das gibt's nicht. Ich hasse es. Kann man... Sonst springt er wirklich in jede Mauer. Aber hier. Hier macht er sich einen Dickens-Hempf, wenn er mal zwei Meter daneben läuft. So. Cool. Mhm. Ich hab keine Ahnung, wo ich dann glaube. Irgendwie scheine ich jetzt wieder in so'n alten Teil von... ...der Stadt zu kommen. Und man merkt das schon. Das ist jetzt hier total dreckig und speckig und... ...total verfallen alles und verwinkelt. Das ist das hier, er... ...der Radteil... Ah, was ist das denn hier? Wer war das? Dieses Monster, Malfato! Sati! Da lang! Okay. Muss ich mich ja drüber kümmern. Oh Mina, da solltest du doch nicht mehr herkommen. Okay. Da, da! Wie einfallsreich. Ich zeige jetzt in die Richtung. Die zeigt in die Richtung. Wieso stehen hier so viele? Da lang. Da lang. Ah, das hätte ich ja fast schon selbst finden können. Animale! Okay. Ich hab irgendwo... Hab ich irgendwas eingesammelt? Das war so viel. Soll ich ihn töten oder was soll ich mit dem? Ich wusste nicht, ob ich ihn töten sollte. Da sieht ganz schön scheiße aus. Okay. Was? Das Ziel mit... Also sieben? Kunden? Ja, wie hätte ich die denn bitte schön finden? Tee. Komm. Hallo, lässt du mich auch mal los? Kann mir mal jemand helfen? Okay. Ähm. Ja, es ist... Gibt's nett? Ich... Okay, es ist... Ich hab nichts damit zu tun. Es ist auch nüßig einfach. Ist sogar sehr nett. Und anscheinend geht sich das wieder voll, wenn ich es wieder gucken kann. Boah. War zu nett, ne? Ich bin sehr begeistert, man. Nett. Okay. Bin ich überhaupt. Okay. 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 Was ist das jetzt? Taubenschläge. Ach, das sind die Taubenschläge. Was ist das jetzt? Es sind Rekrutieren. Oh mein Gott. Was? Okay. Ich hab sehr viel zu tun. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich den als erstes machen sollte. Okay. Zum... Warte mal. Aber vielleicht sollte ich noch vorher wagen. Ob ich überhaupt das ist. Okay. Ähm. Ich erinnere mal den. Dann haben wir das Problem. Mit dem... Mit dem... Ich weiß ja nicht. Ich guck erstmal, dass ich den... Ob ich den... ...stecken finde. Das war jetzt ja nicht so schwer. Ich mag es lieber. But...